hallo meine lieben heute mache ich sauerkraut und ich zeige ihnen gleich wie mache ich das ich habe hier weiß kraut genommen das wird ungefähr 1,5 kg ich mache nicht zu viel eine möhre nehme ich und 40 g küchensalz das ist ein grobes salz für so was so eine kraut muss man immer küchensalz nehmen nicht zu feinerseits geht nicht und ich schneide das salz das kraut so einfach schneide ich das gleich einfach so auf dem tisch auf dem tisch salzig dann später und die möhre schneide ich auch so auf die streifen das wird so ein sauerkraut kann man auch salate von diesem kraut machen oder kochen suppe kochen oder dämpfen mit fleisch das wird ganz so eine sauerkraut sein das schmeckt immer besser wie aus dem chef das muss auch stehen zwei drei tage bis es richtig sauer wird jetzt schneide ich das kraut so und dann zeige ich weiter wie mache ich das weiter das kraut habe ich alles geschnitten so seht das alles ist aus jetzt reibe ich die möhre reibe ich in einen teller auf solche reibeisen dazu in das kraut die möhre habe ich auch durch gerieben jetzt nehme ich die hälfte kraut bis zur seite so dann ist das leichter zum durchkneten und die hälfte so so auseinander und salz und das knete ich jetzt richtig das kraut muss jetzt sagt schon so ausgeben ich brauche das das ist so ein kraut ich mache keine essig dran nichts einfach salz jetzt knete ich das alles so durch und dann die andere hälfte nehme ich salz habe ich schon gesagt 40 oder 45 gramm habe ich genommen mein salz ist grob deswegen ich nehme 40 gramm den haben sie feines aber ganz feines nehmen sie nicht wie sie müssen schon küchensalz nehmen sehen sie mein kraut ist ganz ganz so saftig das ist so eine sorte saftiges kraut deswegen gucken sie mal nach ein paar minuten eine minuten noch nicht ich habe schon nasse händen und jetzt liege ich das in einen topf rein und muss ich ganz ganz richtig so jetzt rieche ich das alles so in der faust noch das muss ganz wir brauchen saft das saft soll so nach oben stehen später zuerst mal also probieren alles alles ganz ganz fest wie sie können so gucken sie ich habe schon saft drin jetzt mache ich die das zweite hälfte jetzt mache ich das andere kraut wieder so nur drauf bisschen durch mischen durch mischen so das wird ganz leckeres kraut sauerkraut sein nehme ich wieder salz und knetigst du das alles wieder so durch dann ist das leichter zum saft zu kriegen im eintopf so jetzt kommt das auch hier rein und alles ganz schön nach unten drücken dann zeige ich ihnen wieviel gucken sie mal wie viel saft haben wir schon das kommt noch vom kraut ich habe alles in einen topf rein gekriegt das ist auch gut so kann man auch in Gläser machen große Gläser nehmen 3 Liter oder 2 Liter und gut getopfen aber ich mache das immer so mir ist das besser so dann kann man auch rauslegen die Gläser und in den Kühlschrank stellen so mache ich das alles jetzt trambiere ich das alles nach unten der Saft muss oben sein jetzt nehme ich einen Teller ich mache das ich habe schon trambiert mein Kraut mit Salz ist alles gut so 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 gucken sie wie viel Saft ist drin jetzt nehme ich einen kleinen Teller lege ich ihn so rein dringe ich nach unten der Saft muss hier so stehen und stelle ich so ein Glas mit Wasser kann man auch was anderes nehmen so das lasse ich jetzt so einen Tag stehen von morgen an die ersten zwei, drei, drei Tage oder vier Tage wie viele Tage bleibt bei ihnen das Kraut stehen Sie müssen jeden Tag das runternehmen das rausholen und ich mache das mit einem Holzlöffel immer so durchstechen bis nach unten mache ich so Löcher da wie sagt man jetzt die Luft die Luft muss jeden Tag so rausgehen so dann stellen sie nehmen sie wieder drücken sie wieder alles nach unten und bis nächstes mal wieder zweimal ab Tag mache ich das dann wird das Kraut nicht weich und nicht bitter die Luft geht raus und mit dieser Luft kommt auch das bitter wie sagt man bitter raus so aber heute habe ich schon jetzt gezeigt ihnen von morgen an mache ich das und ich lasse das stehen vier drei, vier Tage hier kommt so ein bisschen Schaum aber das ist alles normal das Kraut wird sauer aber das ist alles normal brauchen sie nichts runternehmen einfach durchstecken jeden Tag und wenn ist das Kraut schon ganz probieren sie das wenn ist das sauer genug für sie können sie das in solche Gläser rein machen und in den Kühlschrank oder in den Kälter wer hat kalte Kälter in den Kälter stellen so einfache Rezepte habe ich heute ihnen gezeigt aber das Kraut ist wirklich wirklich gut ich mache hier in Deutschland nicht so viel ein zwei Kilo, eineinhalb Kilo heute habe ich es ungefähr zu zweieinhalb bis 800 Kilo so ungefähr ich habe nicht abgewogen ich mache das wir essen das auch dann mache ich wieder neues und damals wie wir haben gewohnt in Kasachstan dort waren kalte Winter ist alles eingefroren wir haben immer große Fesse eingemacht bis 50 Kilogramm oder Kilo oder 60 Kilo Weißkohl immer so stehen gelassen zuerst mal in der Küche so große Fesse waren bei uns und dann haben wir diese Fesse nach draußen gestellt in so kalte Raum das war so ein Zimmer und dann haben wir das ist eines eingefroren wir haben auch Frost gehabt bis 30 30 und noch mehr Grad kalt das ist alles eingefroren dann haben wir mit Messer rumgefüllt und rausgeholt aber das war trotzdem lecker und wer hat Ihnen gefallen so ein Rezept jetzt zum Sauerkraut machen machen sie probieren sie das aus ich bin sicher dass ihnen gefällt das auch dann können sie das benutzen wie habe ich schon gesagt wir machen Sauerkraut nehmen wir bisschen Zwiebeln heran schneiden wir und essen wir das mit Kartoffeln das schmeckt sehr sehr lecker oder wir kochen noch Borscht auf meinem Kanal ist schon Borscht ich koche immer oft und nehme ich auch immer Sauerkraut und bisschen frisches Kraut oder nur Sauerkraut und so wenn das ihnen gefallen dann machen sie das nach und ich wünsche ihnen alles Gute bleibt sie gesund und bis nächstes mal auf meine Küche wenn es hat es gefallen wie immer Daumen nach oben stellen abonniere meinen Kanal und kommentare schreiben bis nächstes mal tschüss